Der Transfer bzw. die Leihe ist fix. Kevin Schlotterbeck wechselt auf Leihbasis vom SC Freiburg zum VfL Bochum. Ich denke, es ist eine ganz gute Sache, weil Kevin Schlotterbeck hat ja selber den Wunsch geäußert, wechseln zu wollen oder zumindest ausgeliehen zu werden, weil er keine Spielzeit beim SC bekommen hat. War auch kein Faktor in der Hinrunde, die ja noch nicht mal ganz vorbei ist. Und auch die Verantwortlichen vom SC Freiburg haben sich darauf geeinigt und fanden es sehr gut, dass er dann noch in den letzten 19 Spielen der Bundesliga Einsatzzeiten bekommt. Und ich glaube auch, dass er Bochum helfen kann, vor allem wenn er spielen wird. Denke ich, hat er gute Qualitäten. Vielleicht ist er nicht ganz so gut wie sein Bruder, aber trotzdem denke ich, dass er ein sehr, sehr guter Fußballer ist, der einfach Spielzeit braucht. Und das hat er beim SC einfach nicht genug bekommen. Und Bochum, die hier abstiegsbedroht sind, brauchen auf jeden Fall Hilfe, Unterstützung. Und ich denke, jeder Verein will in der Liga bleiben. Das Gleiche gilt für den VfL Bochum. Und so eine Leihe kann dann ganz gut sein. Keine Verpflichtung quasi, kein Geld, was überwiesen werden muss, außer halt das Gehalt. Aber ansonsten denke ich, ist das ein sehr, sehr guter Transfer. Vielleicht ziehen sie auch noch eine Kaufoption. Habe ich noch nicht zwar mitbekommen, dass sie eine mit dabei hätten, aber vielleicht, wenn er sich gut anstellt, sagt Bochum, hey, den möchten wir behalten. Oder der SC sagt, nö, den geben wir nicht ab. Aber jetzt erstmal auf Leihbasis. Ich bin gespannt, was er für die Bochumer machen kann. Wie findet ihr den Transfer oder die Leihe? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.